Moin Leute und damit herzlich willkommen hier zu einem weiteren Übersichtsvideo der Rhein-Ruhr-Karte. Ja es wurde nicht wirklich was spezielles vollendet, deshalb ist dieses Video ein bisschen ein Spezialvideo, denn ich zeige euch einmal einen kleinen Überblick über die ganze Map und welche Projekte noch offen sind, die in der nächsten Zeit vollendet werden und dann geht es ans Ausdekorieren. Wir fangen einmal hier an, das ist Betriebsbahnhof Düsseldorf und der ist glaube ich soweit fast schon fertig. Da fehlen noch ein, zwei Gleise hier in dieser Sicht nördliche Richtung. Ich denke aber, dass der im Laufe nächster Woche fertig sein sollte. Dann fehlt hier noch eine Güteranbindung, Richtung Hafen ist das glaube ich. Die wird natürlich ebenfalls auch gemacht. So die Strecke ist soweit fertig. Was ich mir hier überlegt habe, ich kann ja mal kurz meine Überlegungen sagen, wir haben jetzt einmal Rhein-Ruhr. Das geht nicht bis Obladen, sondern wir hören ja früher eigentlich schon auf. Das heißt, wenn wir etwa sagen, die Kurve etwa hier wäre Solingen, dann würden wir knapp an diesem Bahnhof hier unten an Leichlingen, würde die Karte aufhören. So, dann geht es ja weiter mit Köln. Da fangen wir ziemlich dicht schon, also da ist Leverkusen schon gar nicht mehr drauf. Ab dabei würde ja dann die Köln-Karte beginnen. So, und da ich ja immer noch ein Transportfever-Projekt mit anderen YouTubern im Kopf habe, fehlt mir natürlich hier ein kleiner Abschnitt und das wäre Leverkusen. Das ist halt die Überlegung, eine kleine Karte zu basteln, wo sozusagen dieser Abschnitt drin ist, wo diese drei Anschlüsse der Map weitergehen und wo die dann sozusagen in die Köln-Karte übergehen. Dass wir halt immer ein fortlaufendes Bild haben, eine fortlaufende Mitfahrt, zum Beispiel von Dortmund bis Köln. Wie gesagt, das ist noch ein Projekt, das noch sehr, sehr in den Sternen steht, das von mir erfunden wurde, dass wir einfach mal durch Deutschland fahren können und an den Hauptbahnhöfen jeweils eine Mitfahrt haben. Natürlich werden wir jetzt nicht die Schnellfahrstrecke Köln-Rhein-Main komplett durchnehmen, aber wir haben dann zum Beispiel eine Fahrt von Dortmund bis München, wo wir dann die Karte, zum Beispiel hier die Rhein-Ruhr-Karte verwenden, dann wird es die Leverkusener-Karte geben, dann die Köln-Karte. Dann ist ja Hans Dampf gerade dabei, Koblenz zu bauen, das weiß ich halt nicht. Da könnten wir die ICs dann drüber schicken, die ICs dann nicht, weil die fahren ja über die Schnellfahrstrecke. Dann gibt es Frankfurt, baut jemand. Was noch fehlen würde, wäre Mannheim-Heidelberg. Stuttgart würde fehlen, der liebe Hans Dampf hat ja München gemacht, da hätten wir zumindest mal etwas und ich weiß, dass der liebe Cosmic aus dem Forum Stuttgart teilweise und jetzt gerade dabei ist, die Strecke Richtung Blochingen hinten rauszumachen, da fahren natürlich auch Fernsüge. Dann weiß ich, hat jemand Leipzig gemacht. Ja, also ihr versteht, worauf ich hinaus will, dass man halt Mitfahrten durch Deutschland hat. Falls jetzt irgendjemand von den Zuschauern da interessiert ist, ihr könnt gern fragen. Es gibt jede Menge Gebiete noch in Deutschland, die noch nicht nachgebaut sind und je mehr Karten, das wir haben, desto besser natürlich. Ja, ist natürlich klar. Aber gut, also. Dann Düsseldorf Hauptbahnhof ist ja schon lange fertig. Hier drüben. Neues haben wir ja auch komplett beendet. Dann geht es hier hoch. Wir haben hier Flughafen. Wir haben hier schon ein bisschen ausdekoriert am Entenfang. Duisburg-Werdau oder Wedau ist es, glaube ich, ist fertig. Duisburg ist eigentlich auch so gut wie fertig. Wir haben hier Rheinhausen mit dem vorgezogenen Gütercontainer-Terminal. Das existiert hier nicht, aber ich mag Gütercontainer-Terminal und Güter, Güter, ähm, sag schon, Güterbahnhöfe kann man nie genug haben. Deshalb habe ich mich entschieden, den hier noch rein zu pflanzen. Dann die Strecke hier hoch Richtung Mörs ist fertig. Ähm, die Güterumfahrung ist fertig. Wir haben hier Duisburg-Ruhorthafen. Ähm, Oberhausen-West ist fertig. Oberhausen-Hauptbahnhof wird höchstwahrscheinlich nochmal umgebaut, äh, in einen Asset-Bahnhof, weil da habe ich gerade aktuell noch Probleme, ein 400-Meter-IC halten zu lassen. Äh, aber ja. Also wie gesagt, die ganzen Strecken wurden alle erneuert. Das heißt, alles, was früher mal war, ist jetzt überhaupt nicht mehr so. Ja, wir haben hier unten Mühlheim. Essen-Hauptbahnhof wurde umgebaut von mir. Das habt ihr ja im letzten Übersichtsvideo gesehen. Das wird dann natürlich auch ausdekoriert. Ähm, dann haben wir jetzt im, am Mittwoch im Livestream hier oben Bottrop umgebaut. Ja, also man sieht schon richtig, hier ist, hier verläuft die alte Strecke. Und das stimmt halt überhaupt nicht, ja, weil wir haben ja hier noch, ähm, Güterbahnhof Bottrop. Und, äh, hier ist ein Hügel und da fährt halt die Schiene außenrum. Oder der Zug. Und, äh, da frage ich mich halt, warum habe ich das so gebaut? Das ist überhaupt nicht realistisch. Deshalb wird natürlich, oder wurde das natürlich auch umgebaut. Hier fehlt noch der Güterbahnhof. Ähm, ich glaube, Osterfeld ist noch nicht ganz fertig. Da fehlen hier noch Gleise. Das muss ich mir nochmal genau angucken. Ähm, aber auch hier die Strecke Richtung Niederlande hoch, über Dienstlaken, ähm, ist komplett überholt und fertig. Ähm, was noch fehlen würde, wäre hier oben Gladbeck. Ähm, das ist noch ziemlich Altbestand. Auch die Strecke der RB 43, genau, die Strecke der RB 43 muss noch angepasst werden. Da hier ging es früher über, über den Fluss. Ähm, ja, wie gesagt, es muss einfach ein bisschen angepasst werden, der Streckenverlauf. Gelzenkirchen wurde umgeändert. Äh, die ganze Strecke zwischen Gelzenkirchen und Oberhausen wurde modernisiert. Ähm, dann haben wir hier unten Essen, äh, die S-Bahn-Strecke. Es sind Stähle, es sind Stähle Ost. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Hier oben haben wir Wattenscheid. Ähm, dann haben wir hier hinten Bochum. Also, wie ihr seht schon, also wer von Anfang an bei der Rhein-Ruhr-Karte dabei ist, der sieht wirklich, dass so gut wie alle Strecken, die es damals eigentlich schon gab, überholt wurden und verbessert wurden. Ja. Was noch ein sehr großes Projekt ist, ist hier oben Wanne-Eickel-Güterbahnhof. Da bin ich noch ein bisschen am Schieben, denn, ähm, das ist so ein bisschen wie Kremberg auf der Köln-Karte. Ähm, das ist ein bisschen arg heftig. Also, da brauchst du mal eine Woche Zeit, bis du das, äh, alles komplett fertig hast. Äh, mit Spitzkernsätzen, mit Fake-Züge drauf und alles. Es werdet ihr aber auch sicherlich, wenn es euch interessiert, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, äh, ob ihr Wanne-Eickel zum Beispiel als Timelapse-Video haben möchtet. Ja. Könnt ihr entscheiden. Schreibt es einfach unten in die Kommentare, dann werde ich das so machen. Dann, was ja mal in einem Livestream passiert ist, ist hier oben die, äh, Güterstrecke über Recklinghausen-Ost Richtung Hamm. Die haben wir, glaub ich mal, in einem Livestream gemacht. Da fehlt hier noch ein Kraftwerk mit der Anbindung. Und halt ein bisschen ausdekorieren, rechts und links. Ja, wenn wir gleich schon hier oben sind, hier haben wir Recklinghausen. Natürlich auch komplett überholt mit den Asset-Bahnsteigen. Äh, Recklinghausen-Ost haben wir hier noch. Auf der Strecke muss ich noch Signale setzen. Und das darf ich nicht vergessen, weil da gibt es in letzter Zeit sehr viel Stau. Und ich frag mich, warum stehen die Züge da? Aber ja. Gut. Das wurde natürlich hier alles überholt bis nach Herne. Und damals die Strecke hier Richtung Kastrop-Rauxel und Dortmund-Mengede. Da hat es, wie ich sehe, schon angefangen mit den Asset-Bahnsteigen. Sehr schön. Wir waren hier unten bei Bochum. Da haben wir hier Bochum. Schieß mich tot. Das ist Bochum. Wie heißt denn dieser Güterbahnhof hier? Äh, boah. Bochum-Nord-Ost? Fragt mich nicht bitte. Keine Ahnung. Sehe ich so selten Führerstandsmitfahrten. Deshalb habe ich das nicht bildlich im Auge oder namentlich. Es tut mir leid. Äh, Bochum-Langendreher. Ein bisschen eingekürzt. Ähm, ja. Ist die Frage, weil in Langendreher, da stehen, ähm, viele Kohle-Züge. Und normalerweise hat ja jeder Rangierbahnhof Einfahrgruppe. Dann die Stellgleise oder die Richtungsgleise. Ähm, und dann eine Ausfahrgruppe. Und das hat, glaube ich, Langendreher in beide Richtungen. Ja, aber auch Wanne Eickel hier oben hat, äh, hat ein paar Einfahrgleise von mir. Oder eine Einfahrgruppe. Es wird aber wahrscheinlich keine Ausfahrgruppe geben. So, das heißt, ich möchte halt einfach lange Güterzüge trotzdem auf der Map fahren lassen. Deshalb werde ich einfach die, die Richtungsgleise nehmen, wo die Züge dann später drauf fahren. Ich weiß, es ist nicht, äh, originalgetreu, weil dort wird ja dann eigentlich über den Ablaufberg alles gemacht. Aber, ähm, ich möchte halt lange Güterzüge fahren lassen. Das ist halt mein Ding. Deshalb bin ich noch am Überlegen, äh, langen Dreher hier die Richtungsgleise erweitern bis hier hinten. Damit ich halt wirklich Zugbetrieb auf langen Dreher hinbekomme. Ähm, das ist noch so ein bisschen so ein, ja, wo ich im Zwiespalt noch stehe, ob ich das jetzt machen soll oder nicht. Ähm, ja. Könnt ihr mal reinschreiben, möchtet ihr das gern so lassen. Es ist ja eigentlich auch nicht wirklich, sieht ja nicht wirklich schön aus. Ich kann hier, glaube ich, nur 200 Meter Güterzüge reinmachen. Und soll ich hier langen Dreher umbauen oder so lassen? Könnt auch ihr entscheiden. So, dann natürlich hier hinten Dortmund, äh, komplett fertig. Die Strecke von hier oben ist fertig. Äh, dann gehen wir hier runter über Schwerte. In Schwerte fehlt auch noch Schwerte Güterbahnhof. Das ist auch noch ein Großprojekt. Dann hier hinten über Witten, Wetter und Vorhalle. Das ist, äh, Vorhalle Güterbahnhof. Ist auch schon alles fertig. Hier sind sogar schon ein bisschen Bäume platziert. Dann haben wir, ähm, ich weiß nicht, wie das heißt. Heißt das Hall, Halle, ach nicht Halle, ähm, ähm, Hagen. Ist das Hagen-Güterbahnhof? Ich weiß es nicht. Hier ist auf jeden Fall auch noch mal ein Güterbahnhof. Ähm, Hagen ist komplett fertig. Äh, gut. Hier sieht es noch ein bisschen aus, wie als ob da ein paar Bomben eingeschlagen werden. Ähm, auch noch ein ganz cooles Projekt wird hier die Nebenbahnrichtung Enepetal, die hier hinten rausgeht, an der Straße entlang. Sieht später bestimmt richtig geil aus. Hier haben wir Enepetal, äh, Schwelm. Dann haben wir hier Langenfeld, Wuppertal-Langerfeld. Haben wir hier oben Wuppertal-Oberbarmen. Wuppertal-Barmen. Unterbarmen gibt es nicht. Haben wir auslassen müssen. Wuppertal-Hauptbahnhof. Äh, Wuppertal-Vorwinkel. Geht's hier hinten über, hallo? Über diesen halt. Der wurde anscheinend umbenannt. Der heißt jetzt Hahn-Kruiden. Der hieß früher nur Kruiden. Aber dann hab ich irgendwann mal gesehen, hä, der heißt jetzt Hahn-Kruiden. Hat da irgendjemand Hintergrundinfos? Könnt ihr gerne reinschreiben. Ja. Und dann natürlich hier runter nach Solingen. Ähm, hier bin ich wie gesagt noch dabei. Weil's ja eine Leverkusener-Karte geben sollte. Und Obladen eigentlich nicht mehr auf dieser Karte sein sollte. Ob ich das auch nicht noch anpassiere. Weil dann wär, äh, Solingen irgendwo hier. Weil dann würde auch das mit dem Winkel hier besser passen. Ja, müsste man sehen. Hier haben wir ja auch nochmal so eine kleine Güterabstellung. Ähm, da ist mir demletzt eingefallen. Ich hab hier noch normale Brücken drin und alles. Und das sieht nicht mehr schön aus. Äh, das möchte ich gerne ein bisschen umändern. Und zwar werde ich da einfach Joe Freed's Modbox nehmen. Äh, weil wir haben hier auch noch eine Flying Junction drin. Und ihr seht schon hier diese unterschiedlichen Höhen und alles. Äh, sieht einfach nicht schön aus. Und ich möchte einfach gerne diese Gütergleise etwas größer haben. Das ist der einzige Grund. Weil hier werden teilweise die, äh, die Güterwagen abgestellt. Und werden dann, äh, hier hinten in den Hafen von Mülheim reingefahren. Ähm, ja. Es sieht für mich einfach besser aus. Und, äh, ich werde das hier bestimmt auch nochmal umbauen. Aber sonst, das war eine kleine Übersicht über die Rhein-Ruhr-Karte. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr ja gern einen Kommentar da lassen. Und wie gesagt, abstimmen einmal über Bochum-Langendreher. Und einmal über... Oh, wenn ich jetzt nicht so vergesslich wäre. Das andere wisst ihr bestimmt, ja. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Resttag. Wie gesagt, vergesst das Kommentieren nicht. Und wir sehen uns im nächsten Livestream oder im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. 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 Ciao.